Der Krieg in der Ukraine ist natürlich weiterhin auch ein wichtiges Thema. Das ukrainische Militär hat sich nach einigen Angaben der erkämpften Region Herson südöstlich des Flusses Nipro nun festgesetzt. Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Flusses, teilte der Generalstab in Kiew mit. Es heißt, die ukrainische Armee habe die Russen am bis vor kurzem noch vollständig besetzten linken Ufer nun schon drei bis acht Kilometer vom Fluss zurückgedrängt. Auch internationale Beobachter hatten zuletzt von Vorstößen der Ukrainer in diesem Gebiet berichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017